beobacht euren herzraum wie fühlt er sich an der herzraum dieser hell dunkel so groß oder klein wie reagiert er herzraum wenn ihn beobachtet atmet dabei durch die nase ein durch mund aus und stellt sich so hin wie er erinnern kannst in der grundstellung zumindest so ähnlich beobachtet wie der körper reagiert auf diese stille vielleicht ist es gar nicht still im körper vielleicht doch und jetzt spürt die verbundenheit zueinander